dann können sie sie auch mal heilen zur not star feeling das star feeling also ja fast wie es darf wie das andere healing aber doch das symbol in der mitte so das dürfte mal reichen ganz ehrlich die nordic lands sind hell genug half spark keystone ein kabel krabben ja 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 so hatte ich sie wenigstens getauntet bis ich meine pfeile wieder habe so hm das macht das und das auf was haben wir hier resist cold lukorski manual of bladed hacking axe guilds ist ja schon mal nicht schlecht dark crystal gem eine fjordian hellbeard shardblast ice magic ok kennt sie bereits ah truhe muss weg da hinten sind eier wieder ein forst cap ok ok hm auch noch ein forst cap die die traps in der hallway haben sich deaktiviert ein cool stone mal wieder oder ice magic revive kann sie leider noch nicht das ist ein title oder ja und eine portion of regeneration situation ok ok aha nö so wollte ich das eigentlich nicht so wollte ich das gut was passiert wenn ich hier reinspringen bin ich wieder am anfang ok äh hartspark keystone ja die kann ich wirklich hier einsetzen da muss ich mir merken dass ich hier einfach mal mit einem x markieren dass ich da schon was eingesetzt habe dass ich da einsetze und mich nicht nachher nicht wundere ja so ich fühle mich hier aber noch nicht fertig also ja sky dragons habe ich bereits mehr oder weniger die cover komme ich aber jetzt nicht mehr rein warum nicht ernsthaft da hat auch die frage brauche ich hier bei den drachen cool stones fire stones äh äh blöse warum gucke ich hier drin hier wollte ich bei ihm gucken oder diese dark crystal gems wahrscheinlich hier diese dark crystal gems das das finde ich jetzt aber echt mies dass ich hier nicht mehr reinkomme ich habe mich nämlich da drin noch gar nicht fertig gefühlt bei den dusk dragons gut dann gucken wir noch in die cloud dragons rein würde ich sagen ja mhm ja Au Okay, ich bin wieder hier Au Ich muss ja sagen, nett ist der Ort auch nicht gerade Hier ist nichts drin Okay, das war jetzt etwas schnell Für meinen Geschmack Hmm Ja, Steinchen Aha Ich habe auf jeden Fall was aufgegeben Gehört Sag bloß, ich habe das Nee Das geht so auf Das ist keine Druckplatte Das sieht nur wie eine aus Okay Ah Der hat mich wieder rausgeportet gehabt Und hier komme ich auch noch nicht Oh Ach nee, da war ich auch schon da hinten Au, au, au Das tut schon ein bisschen weh Na Den Forstcap Obwohl ich noch nicht weiß Was ich mit den ganzen Forstcaps anfangen soll So Gut Da brauche ich mich in Zukunft nicht mehr shiften Mhm Noch so ein Au Mhm Ich sollte sie jetzt mal heilen lassen Denke ich mal Aha Okay, gut So 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 Dann holen wir den nächsten hier rein Ja So Ja Dann wird er gefallen Stirb Ja Hmm So So was soll ich mir jetzt damit aktiviert habe okay das könnte ich wieder hierhin ich bin für einen strategischen rückzug nach draußen dankeschön und ich glaube ich werde mir mal schnell die mühe machen und ein speicherkristall aufsuchen okay ich mache hier jetzt mal einen cut also bis gleich